Hi Leute! Wir sind wieder raus aus Rewe und wir haben Santa Shucks Also ich, das alle auf einmal, wie schon gesagt Warte, sind das überhaupt meine? Ja, das sind meine Und hier ist eine Überraschung sein Und wie macht man das natürlich auch? Mit der Faust! Hat nicht so geklappt! Nein, das macht man nicht so! Nein, das macht man nicht so! Autsch Das macht man nicht so! Das macht man wirklich nicht so! Wow! Mich interessiert die Schokolade! Ich hab mal die Schokolade! Hey, heb mal die Schokolade auf! Entschuldigung! Die Schokolade! Ähm! Ich muss jetzt etwas hinstellen! Dann können wir die Schokolade aufbauen! Dann können wir die Schokolade aufbauen Wie wir aufbauen! Dann können wir die Schokolade aufbauen! Ich kann das Montage empfehlen! Dann kann das Spire zu leben! Dann bin ich noch ein Wade! Dann können wir die Schokolade schauen! Ich hab keine Ahnung, wie man das zusammen macht. Aber ich! Ist mir egal, ich glaub, ich bin auch mit zusammen. Davon gibt's leider kein Video, dann habt ihr Info. Denn hier ist doch nichts. Und jetzt kommen die Sherlock Holmes. Ich schneid mal meine Sachen davon. Das hier ist ein Donner-Kirch. Und das hier ist ein Donner-Kirch. Nee, ich bin nicht in der Tat. Ich hab keine Sachen. Also, sie macht hier noch was. Und ich guck mal auf. Und ich hab die ganzen Videos noch nicht hochgeladen. Ich bin nicht dumm. Also, als ich das hier gerade filme, hab ich die ganzen Videos da vorne noch nicht hochgeladen. Aber die lade ich dann so hoch, dass das hier dann... ...zuletzt kommt. Und ich nehm mir das mal mit. Und, ähm... Ja, ähm... Ich schlafe erst mal hoch, bevor dann die Santa-Shock... ...Centa-Shock-Challend kommt. Sag, tschüss, tschüss. Tschüss. Nein, das war's. Es wird hier jetzt nur ein kleiner Katz, denn ich will mir weiter... ...auf der... ...Fast. Also ein kleiner Katz. Hallo, liebe Freunde. Selina ist wieder da. Also, was soll ich wieder da? Es war ja noch ein kleiner Katz. Und wir fahren jetzt nach Hause. Mit meinem geilen Longboard und mit dem schwulen Fahrrad. Oh mein Gott, ich hate voll Selina. Hast du da keinen Kanal? Nein. Sie wissen doch alle schon meinen Kanal. Weil sie mich doch alle liebt. Nein, Spaß. Und Leute. Wisst ihr was? Wenn ich die 5.000, äh... 500.000 oder äh... 50.000... ...Abonnenten erreicht hab, dann... ...oder erst mal 5.000, dann... ...an hier lang. Ah, hier lang. Nein, die Community will... ...wir will, dass wir hier lang machen. Ähm... ...Dingsa Wumsta. Ähm... ...Halt, ähm... ...ja, irgendwie so... Ach so, ihr Mann, jetzt hab ich vergessen. Ach so, ja. Dann gibt's auch eine kleine Verlosung. Und so. Und auch ein ganz großes Special-Video. Aber da sind meine Videos bestimmt schon... ...viel besser. Und wenn man hier jetzt nicht hört... ...dann stellt einfach auf ganz laut... ...m Computer, weil... ...ich film ja wie gesagt... ...mitm Fahrrad und Selina... ...äh... ...mitm Fahrrad... Mann! Mitm Handy. Und Selina ist so dumm, dass sie das tut. Und... ...Tschüss, Cecil. Scheiße, Leute. Sie kommt. Sie müssen weg hier. Oh. Da hinten kommt sie. Na 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 na... Da ist sie wieder! So mein neues Hating-Opfer Selina! Nein, Spaß! Es wird vielleicht auch ganz selten, aber Videos geben, wo ich sie nicht hatele. Nee, Spaß! Also Leute, schaffe ich das? Bitte und ehrlich, ich bin gestorben. Oh, Weihnacht! Hätte ich das Longboard von Mömpel oder Schrott gemacht. Nein, Spaß! Aber ich krieg bald ein Eigenes zu Weihnachten. Das heißt Santa-Shock, du Mädel! Leute, hatet sie! Sie hat keinen eigenen YouTube-Kanal, so könnt ihr sie auch nicht haten. Wow! Ich bin tot, sieht hier, wie ich da tot rumliege. Scheiße, wer soll jetzt die tollen Videos machen? Ich weiß, das, was sie die ganze Zeit sage, ist doof, aber ich möchte ungefähr so natürlich wirken, wie Julian Bam oder Viktor. Ich möchte dich ja, aber... ich hab' Fischwache. Also, also, meine Freundin wird mir auf jeden Fall... Achso, ja, den hab ich vergessen... Nööööööööööö! Wir lachen über deine ganzen Video-Test Also, das schneide ich raus. Nicht. Also, Selina gibt mir auf jeden Fall ein Abo. Wenn nicht, dann hält ich sie weiter. Und Leute, ich häng mich jetzt an ihren Fahrradkorb ran. Keine Sorge Leute, sie wusste das schon. Aber ich hätte sie trotzdem einladen können. So, tschau Leute. Das hätte ich mir jetzt früher vorgestellt. Tschau Leute.